und willkommen zurück zu der last guardian so leute in der letzten folge haben wir ja die blöde zugbrücke eigentlich runtergelassen und sind hier relativ gut rübergekommen die typen da oben haben uns ziemlich zugesetzt aber wir haben es geschafft so jetzt schauen wir mal wo es hier weiter geht tricot kommt okay hier schaut es jetzt nicht so aus als wenn es weitergewinne aber schauen wir mal hier unten rein wird es bestimmt weitergehen so da la 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 los riechst du irgendwas was hier ob hier irgendwas geht können wir das ding vielleicht reinschieben das hier wurde plötzlich unruhig machte mir sorgen ok es hat anscheinend hunger das heißt ich muss anscheinend irgendwo schauen ob ich irgendwie so ein komisches fass finden dass er wieder fresschen machen kann aber ich brauche jetzt irgendwie einen kletterpunkt ich denke ich muss hier irgendwie hoch schauen ob er irgendwas macht wenn ich jetzt auf ihn draufsteige oh da sind da noch späere drin ok ok meins hätte ich eigentlich schon mal rausgekommen anscheinend hat das nicht gespeichert anders kann ich mir das gar nicht erklären eigentlich hier nichts daraus so ich sehe jetzt hier keinen sperr mehr drin sperr entfernt ist ja gar keiner mehr oder eigentlich nicht so gehen wir mal hier rauf ok steht schon mal auf sehr gut da oben könnte es da oben weiter gehen für uns die kameraführung ist ein bisschen blöd nee der hat keinen bock ok das heißt ich muss wahrscheinlich da irgendwie bei dem wagen entlang schauen ob er irgendwie seitlich durchkommt ah hier seitlich kann man glaube ich durch ah sehr gut wupp ok alles klar die wagen kann ich doch aber nicht ziehen oder jetzt gibt es eine von der seite kann ich nicht schieben so tun wir den mal hier weg vielleicht kommt der hier durch kommt der hier durch no ah da ist noch ein wagen jetzt kann ich den vielleicht durchschieben probieren wir es einfach mal aber jetzt wahrscheinlich zwei Wegen waren deswegen konnte ich die jetzt nicht schieben aber einer müsste doch gehen oder no geht nicht hängt der irgendwie fest da drin ach der hängt an der Tür fest ok alles klar dann muss ich irgendwie die Tür hochkriegen so schauen wir mal ein bisschen weiter ok dann werde ich den wagen wahrscheinlich nicht weiterschieben können ich probiere es trotzdem mal ah ok alles klar ziehe ich schon beruhigen ah ok dann wird wahrscheinlich das Tor aufgehen denke ich mir so bleibt es oben wenn ich loslasse nein es bleibt nicht oben ok wie kann man das am besten machen hm 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 ich sehe gar nichts nicht geil da gibt es so jetzt bin ich hier praktisch okay gibt es hier noch irgendwie was irgendwie ein fass oder sowas was ist das hier hoch nüchst okay okay hier scheint es jetzt nichts mehr zu geben hier war ja sonst nichts mehr dann geht es eigentlich nur runter ist hier vielleicht ein fass irgendwo an der seite alles klar kriegt es doch hoch wie kriege ich das doch hoch geht doch niemals so hoch sein ist doch hoch kriegen hier hoch kann ich das doch hochschmeißen ach du scheiße dreh ich doch mal um junge kann ich da irgendwie hoch springen mit dem gott okay jetzt nicht geht es denn noch weiter darüber geht doch niemals okay jetzt schmeißen wir es einfach mal da rüber okay das ging schon mal schmeißen wir es mal da hoch okay so kann man mit dem springen nope geht nicht wenn ich jetzt da hinschmeiße wird es wahrscheinlich runterfallen das kann doch nicht die lösung sein oder das kann doch nicht die lösung sein oder das kann doch nicht die lösung sein oder nicht ganz gut aber nur bis hierher ver Спасибо 0 nach oben neniin Ach, scheiße. Nochmal hier hoch. Ich kann hier hochsteigen und das dann vielleicht nehmen. Ey, 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 ey. Oder er packt es vielleicht so hier hoch. Ah, okay, man kann hier hochgehen. Komm hier hoch, geh hier hoch. Okay, da kann er hoch. Okay, mei, mei, mei. Okay, der hätte hier lang probieren können. Das muss ich irgendwie schauen, dass ich das darüber kriege. Ohne runterzufallen. Oh, 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 oh. Reiß jetzt zusammen. Reiß jetzt zusammen. Komm, 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 komm. Sehr gut. So, jetzt kriegt der andere erstmal was zu fressen. Und dann schauen wir mal, ob er nicht vielleicht den Wagen hier irgendwie durchschieben kann. Wenn ich das Tor aufmache und er mit praktisch mit durchgeht. Ich habe noch was überlegt, Leute. Ich werde jetzt die Parts auch ein bisschen länger machen. Also 40, 50, 60 Minuten circa, weil... Das ist einfach zu kurz von den Parts her, weil man hier teilweise für ein Rätsel einfach zu lange braucht. Und dann seht ihr halt einfach zu wenig in einem Part. Also probiere ich das mal probieren, dass ich das mal ein bisschen länger mache. Außer ihr sagt wirklich... Ey, komm, mach das so kurz wie das Feuer war. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Kann ich dementsprechend dann auch drauf reagieren. Na jetzt friss doch. Komm, friss. Soll ich dir genau vor deinem Nieser legen, oder was? Max, ich kann dich nicht mehr bewegen. Geht doch. So. Gut. Alles klar? Okay. Dann schauen wir mal, ob du jetzt hier helfen kannst. Dann werde ich dann nochmal hochgehen und an der Kette ziehen. Und dann schauen wir mal, wo es hier weitergehen soll oder sollte oder keine Ahnung. So. Genau so habe ich mir das gedacht. Okay. So, da ist er schon mal hier drin, ey. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Hier kommen wir zu dir. Upp. Hier oben geht es ja nirgendwo weiter. Alles klar. Es sind da zwei Wegen. Ah, schau, es geht nicht weiter! Hier ist versperrt. Hier ist versperrt. Ich probiere es nochmal zu ziehen, aber das schaut ja nicht hin. Hier ist immer noch ein Speer drin, ich habe den noch rausgenommen. Was ist denn das? Ich habe den vorher rausgenommen. Hab den nicht gesehen. Oder hat es mir das einfach nicht angezeigt? So. Das ist wahrscheinlich bloß ein ganz simples Ding eigentlich nur. Ich komme wieder nicht drauf. Hier ist ja auch kein Kletterpunkt oder irgendwie sowas. Oder geht es da vorne irgendwo weiter? Wenn man hier irgendwo hoch kann. Ist eigentlich auch nichts. Jetzt mach das Tor nochmal auf. Und der wird mir da nicht durchgehen. Das kann jetzt nicht die Lösung sein. Das ist ein Schwanz da unten. Wie ist denn der da? 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 Ich sehe überhaupt nichts Leute. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht wo ich bin. Ich habe keinen Plan mehr, wo ich bin. Man kann es auch aber nicht weitergehen. Also ich sehe da hinten zumindest auch nichts. Also ich sehe gar nichts. Es ist komplett dunkel. Das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Das kann doch nicht die Lösung sein. ich bin jetzt so dass er denn ach muss der mit dem weg leuchten vielleicht alles klar er leuchtet mit dem weg könnte man eigentlich hier irgendwo mal schauen wo sie weitergeht ist auch wenn ich sie es in der wand vielleicht immer so einen kleinen nebengang ist das anstrengend leute wie ist denn der da hingekommen jetzt da ist so ein kleines ding oder du mal den schwanz runter wo ist denn der da lang gekommen spinne jetzt war das nicht gesehen oder was muss doch hier da muss doch da was sein normalerweise hier links dann oder es ist denn jetzt ist jetzt verpackt oder was ist denn hier los mei was ist denn da jetzt ich hänge glaube ich irgendwie in der wand fest ja ja Leute, es hilft nicht. Ich glaube, wir müssen schnell neu laden. Ich glaube, ich bin irgendwie in der Wand festgebackt oder sowas. Okay. So, er ist jetzt hier draußen. Okay, alles klar. Aha. Da geht es, als wäre das. Das haben wir vorher nicht gesehen, wäre da kein Lichter. Dann gehen wir mal auf ihn drauf. Dann kann er mit darüber steigen. Jetzt hat er immer noch den blöden Pfeil da drin. Da ist ein Falscher, ja? Speer entfernen. Wo habt ihr denn die Speere? Ich habe die doch entfernt. Okay, da ist noch einer. Zieh im Auge raus. Jetzt gehen wir mal zu, los. Da lang geht's. Okay, da war ich vorher unten. Dann springen wir mal einfach hier runter. Mal schauen, wo es hier weiter geht. Er kommt da anscheinend nicht hinterher. Geht's hier irgendwo hoch? Da schaut's gut aus. Okay. Dann komm mal her. Boah, das ist echt teilweise richtig schwer zu sehen, weil es einfach zu dunkel ist. Okay. Dann springen wir hoch da, los. Okay. Oh, es geht doch. Wie lange hat's gedauert? Sorry dafür, Leute, aber... Es ist wirklich in dem Spiel ab und zu ein bisschen... Weiß ich nicht. Bisschen hakelig? Keine Ahnung. Das hätten sie ein bisschen anders lösen können, weil das echt irgendwie... Bleh. Okay, das ist die zweite Zugbrücke. Die ist dann anscheinend ein Stockwerk weiter oben. Das müssen wir mal schauen. Vielleicht kann er die bloß aufstoßen. Probieren wir's mal, ob der die aufstoßen kann. Oder gibt's hier noch einen anderen Weg vielleicht, dass ich das irgendwie öffnen kann, könnte. Schaut nicht so aus. Okay. Dreht mal um. Komm. Ja, die helft. Ich du. So. Genau richtig, komm. Komm nochmal, komm, Baby. Dude, du willst nicht kein Problem sein. Kann ich jetzt hier hochgehen, oder was? Nein, er schafft's. Er schafft's. Er schafft's. Ach, schwere Geburt. Okay. Heißt jetzt für mich, ich werde... Hier oben kann man anscheinend nix machen. So. Okay. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Oh. Ach, okay. Okay. Dann schauen wir mal. Dann wird es wahrscheinlich nicht weitergehen, wegen diesem Auge da oben. Da oben ist ein Auge. Das ist ein Meer. Oder er kann... Ich weiß nicht, ob er da rüberspringen kann. Oder auf dem Fall da drüben. Okay, was ist jetzt los? Okay. Wie haben wir... Das gibt mehr als ein Turico. Lieber Turico. Okay. Schluss mit Streicheranheiten. Jetzt geht's weiter. Ich bleib einfach mal fest. Okay, alles klar. Ich spring da rauf, los. Sehr gut. So, und wo jetzt hin? Ja, schon wieder einen neuen Punkt. Ah, dieses blöde Ding da, gell? Das magst du nicht. Okay, ich muss das wegschieben. Da muss ich schon hochheben, da. Wir kommen ja noch niemals ran. Wir kommen ja noch niemals ran. Wir kommen ja noch niemals ran. Wir müssen weiter ranheben. Nein, ich spinn's schon wieder rum. Los! Geht mir ran da, komm! Wir kommen ja noch niemals ran. Wir kommen ja noch niemals ran. Wir kommen ja noch niemals ran. Wir kommen ja noch an den Weg suchen. Sag ich doch. Okay. Aber da unten habe ich ein Seil gesehen. Da könnten wir mal probieren, ob wir da vielleicht drauf kommen. Da unten ist ein Seil. Kein Plan, ob... Ah, okay. Da sehe ich einen Kletterpunkt. Okay, ich müsste gehen. Na komm her. Okay. Okay, ich habe schon gesehen, glaube ich, wo ich lang muss. Jetzt müssen wir uns an seinem Schwanz hier runter balancieren. Okay. Gehen wir mal hier runter. Dann müsste es... Müssten wir eigentlich runterkommen. Na komm, geh ran. Ja, mach ich schon. Ja, mach ich schon. So, springen wir mal da rein. Okay. Sehr gut. Mal schauen, ob wir hier irgendwie hochkommen. Oh, muss ich über die Seite drüber balancieren. Okay, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Wie balancieren. Okay. Oh Gott, ich werde runterfallen. Ich sehe es schon. Ey, wie Cliffhanger hier. Genau, das sind Sträucher oder Gestrüpp. Da werden wir uns bestimmt hochhangeln können. Dann haben wir schon wieder mal einen Weg gefunden. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier mal. Es ist jetzt wirklich blöd bei der Passage da unten. Also nach den komischen Zügen da. Auf den Waggons. Dann sieht man, hat man wirklich so wenig gesehen. Okay. Was macht ihr denn jetzt? Was springt ihr denn da rüber? Hier ist ein Loch. Gibt es da was? Gibt es da nichts? Gehen wir mal hier lang. Ups, nicht reinfallen. Ich würde mal reinschauen, ob es da irgendwas gibt. Ne, okay. Ich glaube, da würden wir sterben, wenn wir da reinfallen. Aber hier ist wieder ein Seil. Upp, langsam. Okay. Das Gefühl, dass es gleich wegbrechen wird oder abreißen wird bestimmt. Bei unserem Glück immer. Oh, ich habe es genau so gewusst. Wenn der riesen Anker ja da rausreißt, wenn der kleine Junge da mit 20 Kilo da rauf geht. Dann kannst du mir ein paar anderen erzählen. Das ist ja so. Das ist ja so. Na los, zieh! Okay, und weiter geht's. Der Riesenanker bricht weg und das Gestrüpp hält. Alles klar. Naja, lass ich loskommen. Okay. Mann, Mann, Mann. Alles klar. Dann nehmen wir hier hoch. Und dann könnten wir normalerweise auch das Ding dann runterschieben. Wenn man sich mit dazwischenkommt, heißt's. Ich hab ja da so eine komische Vorahnung, dass vielleicht das andere Vieh da noch kommt. Tschuldigung, Bruder. Oh, da geht's noch weiter lang. Jetzt müssen wir mal schnell gucken. Okay, er ist da. Blut verschmiert. Okay. Papa macht die schon. Alles gut. So, sehr gut. Dann schieben wir das Ding hier mal runter. Jippa. Wuppa. Okay, kein Gegengewicht mehr. Okay. Kann ich ihm jetzt da hinspringen oder kann ich's nicht? Weißt du was? Nein, nicht so. Ja, ich komm ja schon. Ich glaub, ich werd mal hier runtergehen. Um die Kette hier ran. Okay. Mann, 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 Mann. Okay. Ich spring jetzt einfach mal da rüber zu ihm. Oder in seine Richtung zumindest. Mal. Geh halt da rüber. Okay, lass sie fallen. Fallen lassen. Fallen lassen. Okay. So, ich komme. Uah. Uah. Ja? Frico? Okay. Dankeschön. So, weiter geht's. Wo wollen wir denn jetzt hinspringen? Hast du schon was gefunden? Da können wir nicht lang. Das muss also hier irgendwo weitergehen. Oh, komm, ich komme hier rauf. Ja, so weit war ich vorher auch schon. Da geht's aber nicht weiter. Was machst du? Was macht der? Oh, mein Gott. What? Was ist los? Hier waren wir doch vorher schon. Was willst du denn jetzt hier schon wieder? Was macht der denn? Was macht der denn? Jetzt springt er schon wieder da lang. Was macht der denn? Gibt's hier noch weiter? Ja, hier war ich doch vorher schon. Wo musst du denn jetzt hin? Okay, und jetzt? Was stehen wir hier? Hier waren wir vorher schon an. Da hoch. Na, los, hoch mit dir. Komm. Zieh. Okay, alles klar. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, da hoch, oder? Okay. Und hoch mit dir, los. Hoch mit dir. Okay, los. Ja. Nein. Okay. Okay, 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 okay. Das ist das Ding, okay, da macht er nicht weiter, er ist halt. Komm, hier hoch muss ich. Ja, ist doch gut. Mach's dir jetzt wirklich nicht weiter hier? Okay, dann geh mal hier runter. Komm, ich will runter. Okay. Schaut aus, wenn wir hier lang balancieren könnten. Okay, hier geht's durch, Mauervorsprung. Sehr gut. Aufpassen, dass ich den hier runterfalle, wenn ich hier raus bin. So. Dann wären wir hier jetzt... Richtig. Okay, Leute, wie es aber dann hier weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Sind wir wieder bei, ja, gut 43 Minuten. Ich glaube, das ist ausreichend. Bleibt dran. Dann verpasst ihr auch auf keinen Fall irgendwas. Und ansonsten, servus, bis zur nächsten Folge. Euer Andi. Wie...